Meine lieben ukrainischen Freunde, ich möchte euch herzlich aus dem noch winterlichen Wien begrüßen. Ich würde euch gerne einladen zu einem ganz speziellen Konzert am 19. März im Oktobersaal in Kiew. Wir werden ein fröhliches, frühlingshaftes Programm haben mit Karlmann, Johann Strauß und Leher und natürlich auch Schulschmied. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch bei dieser Gelegenheit in Kiew von der Bühne persönlich begrüßen habe. Ich wünsche euch alles Gute mit den wärmsten Grüßen aus dem noch verschneiten Wien. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.